Du warst vor der Polizei hier. Ich habe eben meine Quellen. Welche? Forst, du kannst mich nicht zwingen, sie zu verraten. Das werden wir noch sehen. Es muss ein Serienkiller sein, oder? Vielleicht. Beide Leichen hingen an Sein, beide nackt und an spektakulären Orten. Der Kerl will bewundert werden. Solltet ihr ihn nicht finden, wird er weitermorden. Interessante Theorie. Forst, ich würde mal einen Blick ins Polizeiarchiv werfen, wenn dieser... solche Spielchen mit euch spielt. Du denkst, der hat schon mal getötet?